Hallöchen! Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben in meinem Stream Resident Evil 2... Resident Evil 2 haben wir gespielt. Wir hatten unfassbar schöne Momente, wir haben gelacht, wir haben geweint. Ich habe mich kein einziges Mal erschrocken, aber seht selbst, wenn dir das Video gefällt, hinterlass sehr gerne ein Like und natürlich abonniere den Kanal. So, viel Spaß. Oh, ich kann die alle öffnen, oh Gott. Nein! Lass den doch da drin! Oder... Oder... Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber! Mach den Helikopter! 1, 1, 7! Ah! Oh, hallo, hi, hi, hi! Und du? Ich weiß auch nicht, was du hier machst, ne? Das ist der Anzeigenhauptmeister, ich habe ihn an der Vesta erkannt, Chat. Ey! Nein, ich habe Angst! Geh mal weg! Das kann er nicht gehört haben! Das hört er nicht! Ah! 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 Ich habe mich nicht bewegt! Ich habe mich wirklich nicht bewegt! Ah! 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 Oh mein Gott! Führungspersonal... Führungspersonal... Führungsperson... Führung... 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 Führungspersonalrechte... Sag mal, Chat, meint ihr, der Typ, wie kann mich hören? So im Sinne von, wenn ich leise... Ah! 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 Das hat er nicht gemacht! Ah! 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 Ey, und ich sag auch noch, meint ihr der Typikam? Ich höre mir schwindelig. Ey. Oh nein, unser Polizist. Guck mal, hier liegt auch sein Unterkörper. Der will zu seinem Unterteil. Komm her, ich setze, wir bauen dich wieder zusammen. Das ist irgendwie herzzerreißend. Ich hab dich lieb. Ey. Ja, dann halt nicht, Mann. Ne, ich nehm mich zurück, ey. Pottsau. Das ist mir das Liebste, wenn der Kopf so zersplittert. Das mag ich. Ey, ist ja sowas von drauf, der Schuss. Und er steht wieder auf hier, oder was? Pottsau. Ist doch nicht dein Scheißernst. Eier. Was haben die denn immer mit hier 30 mal aufstehen? Ist lustig, wie ihr gefallen ist. Die Zombies fallen. Sehr lustig in diesem Game. Und dann wippen sie hier noch. Und ich hab auch noch, ich hab's doch auch noch gewusst, ey. Ist der Tubschrauber jetzt... Ist nicht euer Ernst, ist er jetzt nicht da ins Haus geflogen, oder? Ob du bescheuert bist, hab ich dich gefragt. Ab! Mach den Hup, Hup, Hup. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Mach den Helikopter 117. Liebe Freunde der guten Unterhaltung. Hat er denn da wat und wenn ja, wat hat er da? Hat er da wat glatt oder hat er da wat ha? Dat wat er da da hat dat hat er nun mal da. Dabei war ja gar nicht klar, wat dat 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 war. Wat dat war, dat war unklar. Und darum, sag mal doch mal bitte, war der Hade-Dude da. Oh, wir werden ja immer mehr Wuppies hier, ey. Und es heilt dann auch noch so schön. Ey, du bist so eine dumme Sau, Alter. Von hinten! Miststück, ey. Tschüss! Hier, macht euer Ding alleine, ey. Wie explodiert... Ich wollt grad sagen, du musst doch mal jetzt explodieren, oder? Wuhu! So geht man mit bösen Tieren um. Ei, 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 ei. Ich hab... Irgendwie hab ich das Gefühl, ich find Ada sehr sympathisch mittlerweile. Die hat sich gewandelt charakterlich, find ich. Ganz ehrlich, die hat sich gemacht. Die ist jetzt nett und sie ist freundlich. Ich hab... Ey, ist in Ordnung so. Ich mag die. Ich find die gut. Ja, ja, doch. Ich find die gut. Ich find die gut. Alles klar. Na? Öh! Wie gut ist das denn? Was zum... Der sieht wirklich... Also, der sieht aus wie Dracula. Jetzt nicht mehr. Oh nein! Oh, guck mal! Marvin hat Freunde gefunden. Oh Gott, ich freu mich für dich, Marvin. Ohne Scheiß. Das ist unser Freund, Marvin. Der hat Freunde gefunden. Ist das nicht toll? Hey, und er will eine Umarmung. Ich möchte nicht gerade. Ich fühl mich nicht danach, okay? Spiel ruhig mit deinen Freunden. Er hat Freunde. Ah, wir sind so gut. Ei, ei, ei. Nein, das kann doch nicht sein. Und vor allem ist es jetzt... Ist jetzt hier. Ich kann hier nicht raus. Da ist der Licker. Na? Du, oh Mann, dich erschieße ich nicht. Du, du hast mir leid. Dich habe ich lieb. Oh Mann, den würde ich gerne so auf meinen Rücken setzen. Und dann den, so wie so einen Rucksack auf... So wie so einen Rucksack von hinten würde ich den tragen gerne. Wisst ihr, wie ich meine? Also Marvin muss von Ada und mir der Trauzeuge sein. Stellt euch das mal vor. Marvin... Ada und Leon heiraten und Marvin dann dem... Das wäre so gut. Was schießt du denn da? Nein, lass mich... Das ist doch Kacke von euch jetzt hier. Oh, Schwein gehabt. Alles klar. Nein, ei, 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 ei. Doch, sie hat Hunger. Ich kenne den Blick. Von mir selbst. Mami ist schon... Mami hast du aufgefressen, mein Schatz. Mami hast du aufgefressen. Oh, da muss ich mal tot. Scheiße. Guck mal. Oh, da steht einer. Hi. Na? Oh, du bist aber auch eine ganz niedliche Frau. Entschuldigung, mit dem Finger abgerutscht. War nicht mit Absicht. Da darf jetzt nicht der Falsche dran vorbeigehen. Der... Es könnte jemand ausnutzen. Es könnte jemand ausnutzen. Ei, 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 ei. Und Twitch schreibt... Ei, ei, ei. Was zu... Was ist er denn? Sieht aus wie ich? Also wie Leon. Oh mein Gott. Ey, komm mal her. Mausi. Komm mal her. Na? Wo geht's lang? Hier geht's lang. Komm mal her. Ja, komm mal her. Feini. Komm jetzt, Feini. Was hat der denn da? Oh. Ei, ei, ei. Oh. Oh, I, das ist ihm... Oh, sein Kopf ist auf... Oh, ew. Marvin, du... Ey, du kannst doch jetzt... Das ist doch nicht dein Ernst. Marvin, nein! Marvin, nein! Nein, das ist uncool, Marvin. Das ist... Ey, das war uncool. Ey, das... Chat. Da sind wir uns einig, ne? Das war nicht in Ordnung. Das war nicht in Ordnung von ihm. Wirklich. Da, ein ganz böser. Ein ganz böser Freund. 31er hat er gemacht. Marvin, du bist ne dumme Pottsau. Okay? Ja! I don't fucking care. Äh... Äh... I care. Verdammt. Ey, ey, ey! Was? Er ist auch da, oder was? Das ist doch nicht... Das ist doch nicht... Nein! Das ist gemein jetzt, Chat. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Äh, keine Ahnung, wie ich da gerade langgekommen bin. Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Ja, jetzt bist du auch wieder wach, oder was? Du kannst Musik machen. Guck mal. Ich habe das Gefühl, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Ähm... Hey, hey, hey! Das habe ich doch nicht mehr gekriegt. Das ist doch nicht wahr, ey. Okay, ich töte die jetzt. Ich töte die jetzt. Oh, Mann, ey. Ihr seid aber auch hässlich wie die Nacht, Alter. Ekelhaft. Ekelhaft hässlich bist du. Du bist hässlich wie die Sau, ey. Bäh, bäh. Bäh, bäh. Du hier bist noch hässlicher. Du hässliche, dumme Pottsau, ey. Bäh. Was zum... Bäh. Das habt ihr jetzt da vorn. Bäh. Hey, was ist denn jetzt nochmal hier, oder was? Du dumme Pottsau, ey. Hey, 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 hey. Ich weiß wo, ah, ich weiß wo lang, ich weiß wo lang. Wir ziehen das eins zu eins nochmal genauso durch. Was, was ist denn das jetzt? Wieso steht er denn da? Lass mich da durch, Mann. Oh. Okay, let's go. Oh, komm, wie lustig sie läuft, Chad. Guck mal. Guck, wie lustig sie läuft. Hier. Was ist denn mit dem Oberkörper so schlackert? Was, was, warum? Warum stehen die wieder? Nein. Dumme Kuh, ey. Scheiße. Ja, scheiße. Echt Alien, ey. Oh, ey, du kannst mit den Leuten nicht spielen. Du kannst mit denen nicht vernünftig spielen. Die stehen immer wieder auf, ey. Im Drehbuchstand. Ihr bleibt liegen, ihr Affen, ey. Ja, herzlich willkommen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist... Ach, halt doch die Fresse, ey, ehrlich. Oh, ey, okay, weißt du was? Fuck you, ey. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Also, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Christopher Kohn. Ich spiele Videospiele und manchmal rege ich mich dabei auch auf. Aber nur, wenn da so eine Opfer rumlaufen wie die, ey. Eins, zwei, drei. Wo guckst du hin? Wo hast du hingeguckt? Ah ja, Blick nach unten, ne? Das sieht ein bisschen aus wie bei Aliens. Kennt ihr den Film, wo überall diese Eier liegen? Ui, ich sag noch Alien, das gibt's nicht. Was zum Teufel war das? Ich sag noch Alien, come on. Eieieie, was war das? Was war das? Oh. Ganz ehrlich, bevor die Türen hier gleich aufgehen, machen wir... Oh, guck mal, wie süß er da jetzt hängt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben in meinem Stream Resident Evil, nein, nochmal, Resident Evil 2 haben wir gespielt. Wir haben unfassbar viel Spaß gehabt. Geil, neuer Follower. Jetzt kommt ein Follower rein. Ich raste aus. So, wer war das? Wer wird hier direkt gebannt? Name? Le Primo, Bema, Bema, kannst du mal Le Primo für immer bannen, dass er hier meine Anmoderation kaputt macht? Hallöchen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben Resident Evil 2 in meinem Stream gespielt. Wir hatten unfassbar viel Spaß. Ich habe mich kein einziges Mal erschrocken, wie ihr gleich in dem Video sehen werdet. Hi. Ich merke, wir haben richtig bescheuerte Affen hier im Chat.